Boucher Champagner ist ein ganz kleiner Winzerbetrieb in den besten Lagen der Champagner. Insgesamt 30 Hektar und wird jetzt in der siebten Generation als Familienunternehmen geführt. Die weiße Cuvée besteht zu jeweils ein Drittel aus Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay, besticht insbesondere durch diese Knackigkeit und ist ein ganz ganz toller Aperitif Champagner, aber auch als Begleiter zu eingelegten Sardinen oder frischen Austern. Alles, was so ein bisschen Salzigkeit hat, wird hervorragend von diesem Champagner begleitet. Der Rosé hat dann einen etwas höheren Pinot Noir-Anteil, hat dann eine ganz ganz tolle Frucht und ich finde es ist auch ein ganz toller Begleiter mal zu einem Dessert, alternativ zu einem Süßwein. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren.